hallo hier ist martin von mannemanke ist das die dax analyse für montag den 2.1.2023 haben die erste analyse für das neue jahr damit bleibt mir auch noch ein gesundes neues jahr zu wünschen viel erfolg viel glück kann man auch sagen ja glück gehört immer mit dazu auch wenn man es nicht strapazieren sollte und dass es wieder ein gutes jahr wird oder vielleicht sogar ein deutlich besseres jahr als 2022 bin zwar gut zufrieden wir sind mit unserem aktuellen marktumfeld wirklich sehr sehr gut weg gekommen wenn ich das so sehe wie der markt sich verhalten hat wenn man dann im trading noch verluste hat die falschen aktien gekauft hat hätte das glaube ich auch ganz anders aussehen können und ich denke es wird auch bei vielen anders aussehen da werden viele dabei sein die sowohl auf aktien seite richtig breit seite bekommen haben als auch vielleicht im handel schlecht abgeschnitten haben dort auch noch geld verloren haben lasst euch nicht unterkriegen bleibt aber diszipliniert versucht jetzt nicht irgendwelche racher feldzüge um den markt heimzuzahlen das funktioniert in der regel nicht das macht es nur schlimmer sondern ruhig und kontrolliert einfach dranbleiben setups suchen setups durchziehen und geduldig bleiben ruhig bleiben dann kommt man eigentlich nicht drum rum wieder in den erfolg irgendwann rein zu schwimmen in die welle je nachdem wie sich der markt halt jetzt auch verhält wie er sich schlägt wie er das jahr jetzt auch meistert also ich drücke wirklich allen die daumen dass es 2023 ein grünes jahr wird auch wenn ich da eher bedenken habe wir haben ja schon jahresausblick gemacht im letzten webinar ich mache vielleicht auch noch einen hier für die öffentliche analyse muss man gucken wie ich die nächsten tage dazu komme ansonsten die die bei uns im prämium tun sind die haben sie ja schon bekommen ja so ganz zuverlässig bin ich nicht aber wir schauen jetzt erst mal auf die tagesanalyse das ist das was wir hier täglich im video ja machen die analyse für morgen deswegen heißt die morgen analyse und betrachtet quasi die trading chancen die jetzt am montag wichtig werden wir haben in der analyse für den freitag darüber gesprochen dass der auch instant einfach wieder abkippen kann dass mir einfach von der bewegungsstruktur die bewegung noch nicht gefällt und nicht schon deswegen auch noch mal neue tiefs unter 8 40 erwarten würde und wir hatten so ein bisschen gesagt dass die 14.000 halt wichtig wird sollte sich hier bloß langsam runter gleiten auf die 14.000 von der 14.000 wieder nach oben ziehen hätte das auch noch mal ein grüner freitag werden können richtung 270 das ist er nicht ist eigentlich also direkt durch ja da dürfte keiner schwierigkeiten haben zu erkennen ob der über 14 oder unter 14 sind hier und von daher hat das schön ins ziel gelaufen an der stelle vielleicht auch einfach noch mal ein kleines dankeschön für alle die die unsere analysen jeden tag schauen und uns nicht mit verbalen ausgüssen der geistigen umnachtung bedienen ja vielen dank an der stelle also es macht und wir machen das weil euch das hilft bei euch das eine freude macht wenn nicht auch immer mal positives feedback dabei wäre wer weiß ob wir es überhaupt noch machen würden und von daher auch danke für das verständnis was auch viele mitbringen sich einfach in unsere denkweise auch rein zu arbeiten muss man ja schon sagen das ist für viele die zum ersten mal so eine analyse von uns schauen wahrscheinlich immer erst mal was machen denn die bitte viele sitzen dann da da funktioniert ja überhaupt nichts aber wenn man einmal den gedanken wenn man sich einfach mal darauf einlässt auch diesen den gedanken kann diese art und weise wie wir arbeiten wie wir analysieren auf sich einwirken lässt und dann einfach so was nimmt und gucke runter 14.000 dreht er sich hoch dreht er sich nicht durch geht er drunter wenn ja dann 488 40 und tiefer sich einmal darauf einlässt kann man glaube ich auch gut nutzen für sich ziehen und dann ist es ein geben und nehmen letztendlich und wir freuen uns natürlich wenn es euch hilft wir kriegen auch auf der anderen seite irgendwo ein bisschen was zurück und von daher ist es glaube ich ganz gut und wenn dann eben der ton noch stimmt dann macht uns das auch spaß wenn wir dann auch noch sehen dass leute schreiben hey dank euch jetzt hier endlich das erste jahr grün alle cfd verlust weg alles was man irgendwie als verlust vortrag hatte ist das immer wieder was was uns auch motiviert darauf weiterzumachen und an der stelle einfach noch mal kurz ein dankeschön nicht nur an den dank dass er fein durchgezogen hat sondern auch an euch für die vielen leute die den ton behalten und auch mal sich die mühe auf sich nehmen um einfach mal danke zu sagen also gibt auch leute auf youtube die jeden tag danke drunter schreiben oder ganz besonders ein an der stelle auch an dich einen recht herzlichen dank wir oder ich ganz besonders sehe sowas immer jeden tag auch wenn ich nicht jeden tag reagiere trägt es immer einen kleinen schritt dazu bei dass es auch uns spaß macht ja so machen wir weiter im kontext ich bin jetzt hier abgekommen weil der dax so schön mitgespielt hat und ich mich hier beim dax bedanken wollte aber eigentlich man das ja auch mal an euch weitergeben kann und wir sind jetzt unter der 840 und wenn man jetzt hier eine trendlinie ziehen wird egal ob im nachttief oder nicht ist der dax ganz klar aus seiner bewegungsanstiegsphase rausgefallen das muss man schon so sagen und das macht es nicht besser wir haben von hier den dynamischen abwärtsbewegung haben hier nur geschiebe zur seite selbst wenn ich hier sagen würde okay das ist eine erste welle das ist jetzt eine abc nach unten und er könnte jetzt wieder hoch wird es auch scheiße aussehen also dass ich denke fast das nicht oder noch schwerfällig drumherum kommen wird hier unten sich nochmal um die 13 700 in kontakt zu holen ob am montag gleich oder dienstag aber es lege schon nah und ich sag mal von der stelle aus macht es auch gar nicht mehr so viel sinn noch einen umweg über 270 einzunehmen also man könnte zwar sagen okay hier hoch dann eben hier abc und dann trotzdem noch hochwertig aber wie scheiße sieht das denn aus also weiß ich nicht von daher wird es mich nicht wundern wenn wir zum montag dienstag noch mal stress kriegen es ist aber der erste handelstag im jahr das kann sein dass wir wirklich viele auch probieren einfach so ein bisschen ein akzent zu setzen viele die jetzt sagen kommen wir setzen uns mal zusammen wir pushen einfach mal den dax nach oben dann steigen die anderen alle ein und dann drücken den bisschen nach oben und dann kommen unsere long speed end gewinnen kann kann denkbar sein ja dass zum ersten handelstag da ein bisschen eine andere motivation drin ist als ich sag mal zwischen den feiertagen wo einfach nur abgehandelt wird was nur abgehandelt werden muss muss man ja so sagen und von daher bisschen aufpassen so dass man vielleicht das kurz machen kann und sagen kann alles über 13 900 wird es sich etwas nach oben öffnen ja insbesondere über 14 9 wird er dann auch wieder chance ins geb reinkriegen 40 60 und dann reden wir schnell auch wieder über 14 100 14 200 bleibt aber unter 13 900 oder stich bloß mal kurz drüber und dann wieder drunter zurück das macht er gerne mal dass er montagmorgen so nach oben rein sticht keine ahnung 9 40 9 50 und dann fällt er in sich zusammen macht neues tagestief dann würde ich ihn eher weiter unten sehen richtung 13 800 13 700 und vielleicht sogar auch 13 5 85 das wären auf jeden fall weiterhin die ziele auf der unterseite das bleibt unverändert und sollte über 13 900 kommen ist nochmal 13 9 50 13 9 40 wichtig und alles darüber wird dann zunehmend positiv wird das muss man schon sagen also gerade auch wenn er sich über den vormittag hier über morgen hält und er arbeitet sich über den vormittag hoch und auch über die 900 über die 9 50 würde ich das positiv werden und dann eher in das gap rein sehen bei 14 60 ja und dann schiebt er hier einfach noch die seitwärtsphase über die erste januar woche hinaus ja soweit das wir können mal noch in den wochen chart reingucken ich weiß gar nicht ob wir das jetzt hier überhaupt zu erkennen oder ob da die ganze pfeile drin sind wenn wir nochmal die jahresausblicksanalyse vom vorjahr uns vor augen halten also die letzte jahresausblicksanalyse die wir hatten hatten wir ja hier anfang des jahres die situation dass wir gesagt hatten der dax befindet sich hier in einem weitenden keil das war ja das das war glaube ich wartet wo ist der januar märz januar januar das war der januar ja wo wir gesagt hatten okay eigentlich kann man nicht so richtig oben oder unten vorweg geben wir haben aber ein fixes muster drin und das heißt irgendwann wird er das anfangen zu lösen möglichkeit eins wäre oben rein in die in die obere zielzone für sich von dort runter drehen oder die 14 800 brechen und dann rein in das us-weig ich glaube auf das hat man uns ein bisschen fokussiert in der jahresausblicksanalyse diese 12500 die er sich dann als ziel frei machen sollte die hatte erreicht und mehr ist eigentlich das ganze jahr über nicht passiert von dort der pullback wieder an die ausbruchskante von unten ran die 14.800 das hat man dann mit so einem pfeil noch mal verlängert von dort hat sich wieder abgestoßen und wieder runtergearbeitet und seitdem schiebte ich hier ganz gut zur seite um das jetzt weiter zu prognostieren würde ich glaube ich noch mal ein extra video machen aber ich denke rückblickend aufs jahr ist ja gar nichts also was ich eigentlich sagen will ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen wie beispielsweise die amerikaner die finde ich wesentlich schwächer von daher bin ich gespannt wie er sich anfang des jahres schlägt könnte ich mir nämlich fast auch vorstellen nicht dass leute amerikaner verkaufen und den dax rein gehen das kann man so nicht sagen aber dass er vielleicht ein bisschen stabiler ist und würde deswegen vielleicht auch denken dass er auf dem weg nach unten wenn er ihnen denn geht nicht ganz so willensstark unterwegs ist sondern immer mal wieder so ein schlag nach oben reingeht der erste schlag nach oben der wird bestimmt bei 17 80 kommen 800 820 17 80 und dann haben wir hier 700 das zuckt bestimmt alles mal nach oben also wenn der unter 900 bleibt passt an der stelle ein bisschen auf dass er dass ihr nicht zu aggressiv auch auf der short seite seid ich kann mir das gut vorstellen dass gerade in der ersten januar woche noch da gut gegen wer auch geleistet wird deswegen da der blick auch noch mal auf die übergeordnete zeiteinheit im tag ist dort haben wir das noch so dass er auch hier noch eine möglichkeit hätte in die 5 85 reinzugehen und das ist es soweit wie gesagt video für die jahres ausblick mache ich mache ich probiere ich mal ob ich es noch irgendwie unterkriege ansonsten premium bereich einfach die webinar das webinar angucken das ist schon online und jo dann soll es das soweit sein wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und möchte noch mal hinweis an seminar geben bevor ich jetzt hier auf den schlusskopf gebe 25 2 bis 26 zweiten haben wir seminar in magdeburg natürlich kostenpflichtig gibt immer welche die glauben dass das kostenlos ist das können wir nichts machen dafür wird zu viel wertvolles an content einfach mitgegeben was eigentlich komplett unser unsere regelwerke all das auch sag ich mal was wir selber gar nicht anwenden wo wir aber merken dass leute von uns aus der community ehemalige seminar teilnehmer andere sachen noch mit hinzugezogen haben in die set ups wo sie gesagt haben okay das hat ihnen geholfen grün auf jahres sicht zu werten weg vom minus zu kommen weg vom einzahlen weg vom kaputt reden dass man jeden tag die charts tot guckt und so weiter also das können wir nicht kostenlos machen deswegen ich möchte gleich vorweg sagen bevor wieder laut anfragen kommen ob das kostenlos ist nein das ist kostenpflichtig und wer interesse hat nach magdeburg zu kommen schreibt einfach eine e mail an seminar at money minus monkeys dot com und dann können wir die weiteren details klären dann brauchen wir nicht die hier stören die davor auf keinen bock haben ich wünsche euch ansonsten gutes gelegen viel erfolg und wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss